Hier unsere schöne Orchidee. Die ist jetzt richtig groß geworden. Die habe ich mal ganz klein gekriegt, immer mit einem Zweib und jetzt hat sie schon immer fünf Zweib hier. Die wird jetzt jedes mal größer, größer, größer. Der Hubert und Matthias vom Weißen Häuser See. Pink und Silber. Und hier ist aber alles super schön dekoriert. Osterhäschen. Ja, du willst auch mal ins Fernsehen reingucken? Ja, was ist? Was ist? Gauzimmer? Wer kommt denn? Ja, wer kommt denn? Ja, wer kommt denn? Ja, guck mal zum Fenster raus, was los ist. Guck mal, was auf der Straße los ist, du Bruder, die Juppe, du. Matthias hat in jedem Eckchen irgendwo ein Osterhäs oder irgendwas stehen. Hier noch einen richtig schönen großen. Wer im Eckchen Untertitelung des ZDF, 2020